So, wir sind hier angekommen. Ich habe hier glaube ich alles mit. So, ja da gibt es. So, schön. So schön. So, ja. So schön. Aber super. So. Sehr, sehr schön. So schön. So schön. So schön. So schön. So schön. Jetzt kommen wir ins Auto. Und das ist schon ziemlich spät. So schön. 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 So. So schön. 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 So, einfach eine. Back zu Kasten. Eine. Oh Kann ich sogar ziemlich viel machen. Aber schon abwarten. 15. Perfekt. 15. Perfekt. So? 15. Perfekt. 15. Perfekt. 15. Perfekt. Scheiße, Mann. vielleicht passiert es eh nix jährlich ist okay Dann gehen wir das da ran. Ja, wenig. Ich kann einhauen. Oh, das ist ein Hashtag. So. Was wir jetzt noch immer nicht wissen ist, wie man Elektronik levelt. Bei Elektronik kommen wir hier einfach nicht weiter. Was da abläuft, erstmal zuerst. Sehr schön, aber. Haben wir jetzt schon ein bisschen an Loot? Hier geht es mir schon alles verwendet. So. 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 Gut, dann fahren wir irgendwo hin. Wo ist denn dort? Wie wärs? Ich hab vergessen die Handbremse anzugeben. So. 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 man. So. 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 jetzt bin ich echt auf überlegen. Schade. Jetzt wo ich das Auto habe. Ja, es ist nur das Fahren, aber es ist halt trotzdem irgendwie gut. Na gut, ich würde sagen, wir legen das hier jetzt mal auf Eis. Außer das mit der Performance kriege ich da noch irgendwie in den Griff. Ansonsten... Das hat Potential. Ich suche raus, wenn wir bedenken, wir können da noch viel... irgendwas rausholen. Ich hole jetzt nur die Sachen, dass die auch nicht weg sind dann. Bei der Wahl würde ich sagen, Lassen wir es aber. Bis dann noch rein, macht's gut und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.